Liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chemie echt fetzig. In diesem Video geht es um die Einteilung der Kohlenhydrate. Weiterhin steht die Bedeutung der Kohlenhydrate im Mittelpunkt. Kohlenhydrate können nach der Anzahl ihrer Bausteine eingeteilt werden. Dabei werden süße und nicht süße Kohlenhydrate unterschieden. Zu den süßen Kohlenhydraten gehören die Monosaccharide und die Disaccharide. Monosaccharide sind Einfachzucker. Beispiele dafür sind Glucose, auch Traubenzucker genannt, und Fructose, der Fruchtzucker. Disaccharide sind Zweifachzucker. Dazu zählen Beispiele wie Saccharose, also der Rohr- bzw. Rübenzucker, Laktose, der Milchzucker und Maltose, der Malzzucker. Nichtsüße Kohlenhydrate sind Polysaccharide, also Mehrfachzucker. Dazu zählen Zellulose und Stärke. Kohlenhydrate kann man auch bezüglich ihrer Nomenklatur einteilen. Die Endung Ose weist darauf hin, dass es sich um Kohlenhydrate handelt. In unserem Leben spielen Kohlenhydrate eine wichtige Rolle, denn sie sind Energieträger aller Lebewesen. Durch die Oxidation von Kohlenhydraten wird deren Energie freigesetzt. Diese dient der Lebensvorgänge. Der natürliche Aufbau von Kohlenhydraten erfolgt in Pflanzen durch die Photosynthese. Zusammenfassend halte ich fest, dass du Kohlenhydrate entsprechend der Nomenklatur, im Speziellen aufgrund der Endung Ose, identifizieren kannst. Außerdem kannst du die Kohlenhydrate entsprechend der Anzahl ihrer Bausteine einteilen. Kohlenhydrate spielen in unserem Leben eine große Rolle. Sei auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Chemie echt fetzig.